sechs runden warten auf uns wir sind in schweden es ist sonnig dann schauen wir mal dass wir auch damit entsprechend viel spaß haben am start werden zu uns wieder alle taschen das kennen wir wir haben jetzt erstmal die Fiktion 1 genommen das glauben wir haben wir gesehen noch können wir die Fiktion 1 halten aber im rückspiegel sehe ich beide das war's dieser Ausflug auf zwei Rädern hat uns auch den ersten Platz gekostet und wir haben den kurvierten Vorsprung den wir hatten jetzt müssen wir nur ein Stück Pädere von den anderen hoffen da müssen wir auf jeden Fall noch mal auf die Joke anbauen die Joke Runde hat sich keine Position gekostet die Joke Runde ist direkt hinter uns die Joke Runde ist nicht so schön jetzt muss man die Joke Runde die Joke Runde das war's Ich glaube, wir werden auch hier vom dritten Platz ins Ziel Die Rennkommissar, bevor wir die Kurven gesteckt haben Das ist nicht unbedingt das, was einem hilft, weiter anzubauen Oh, wir haben keine Strafe bekommen Aber da sieht man, dass die Jungs in dem zweiten Lauf um einiges schneller waren Also alle drei Leute aus dem ersten Lauf Damit stecken die meisten Punkte auch dahin Wir belegen den tollen letzten Platz Das heißt, wir müssen noch mal üben, dass wir ein bisschen besser werden Das war auch nicht unsere Lieblingsstrecke In Norwegen, da könnte man vielleicht ein paar Punkte mehr schaffen Aber man wusste ja nicht, dass es am Spaß zu haben Wir nehmen einen Teil und haben unseren Spaß Es sind ja nur sechs Punkte bis nach vorne Das kann sich nach der zweiten Strecke ja gleich ändern Wenn jemand Tipps für mich hat, ob es Setup ist oder wie ich die Kurven besser nehmen könnte Kann ich mich gerne über Kommentarfunktion erreichen und mir ein paar Tipps geben Wir werden versuchen, gleich die Jokerobe zu fahren Lange Niederung sind ja beide von Jokerobe geschlagen Die Jokerobe ist jetzt schon gut Du bist während der Torberunde nur um eine Position zurückgefallen. Deine Gegner haben den Torberund bereits absolviert. Der Torberund ist nicht meine Stärke, sondern es ist nicht meine Ausreden. Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Platzierte baut kontinuierlich seinen Vorsprung aus. Ich hoffe, dass wir die Geschichte hier auf dem zweiten Platz wieder bringen können. Der Torberund ist nicht meine Stärke, sondern es ist nicht meine Stärke. So weit nach haus gekommen, dann klitten wir, aber früh haben wir die Strecke gerundet. Aber den 2. Platz haben wir geschafft. Trotzdem waren wir, hui, insgesamt fünfter. Wir sind auch insgesamt fünfter von den Punkten her, dann schauen wir mal was die letzte Strecke ergibt. Aber ich glaube wir müssen dann mit dem 5. Platz eigentlich zufrieden sein. Viel mehr wird nicht drin sein. Die Jungs sind echt schnell. Wir sind jetzt wieder in England. Sechs Stunden. Wir schauen einfach mal. Drei Punkte bis zum 3. Platz. Mit etwas Glück könnte es klappen, aber wenn die anderen damit schlecht in ihrer Leistung abrufen können, wie sie es bis jetzt gemacht haben, sehe ich da eigentlich keine Erfolgsmöglichkeit. Zeitpunkt Jetzt ist genau das passiert, was ich nur befürchte, wenn ich die Joker unternehme, dass sich der Maikon mit verdreht und mich in der Zeit verliert, weil ich mich später machen würde. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das Beste draus machen können. Immerhin können wir erst mal erzählen, ob der Abstand kurzer oder länger wird. Jetzt müssen wir uns weiter auf die Beste konzentrieren. Jetzt müssen wir uns weiter auf die Beste kommen. Jetzt müssen wir uns weiter auf die Beste kommen. 2 Runden Zeit, den Boden gut zu machen 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 gut es hat uns leider nur mehr daran gebracht jetzt ganz nah dran sind hat es leider nicht gelangt um den zu überholen wir hatten ja gleich schnelle runde leider haben wir den punkt nicht abgekriegt damit sollte unser fünfter platz eigentlich fest sein und muss sagen england hat am besten spaß gemacht da waren wir wirklich gut unterwegs und ich wünsche euch noch einen schönen abend